Hallo, ich bin's, der Videospieler und ich mache heute weiter mit meiner Reise durch meine Xbox Live Arcade Library, in dem Fall natürlich nur die Spiele, die auch auf der 360 spielbar sind, die nicht auf der Xbox One spielbar sind, die spiele ich dann lieber dort. Gestern habe ich Bionic Commando Rearmed gespielt und damit sind wir heute bei Bomberman Live. Als Bomberman Fan auf dem Super Nintendo habe ich mir das natürlich gekauft. Offensichtlich habe ich nicht viel gespielt, ich habe nur Achievements, warum auch immer. 2008. Local Play oder Xbox Live. Wird mich mal interessieren, ob es noch Spiele gibt hier. Local Play, das macht jetzt wahrscheinlich keinen Sinn, wenn... Aha, von Zero Games. Okay, das war zu vermuten. Tja. Ähm. Das war zu vermuten. Ich kann jetzt wirklich ein Match createn. Das war zu vermuten. Ich kann jetzt wirklich ein Match createn. Dann hoste ich halt mal ein Match. Aber ich nehme mal nicht an, dass da irgendjemand sich so findet. Ich glaube, das hat alles keinen Sinn. Also da müsste ich tatsächlich mal was ausmachen mit anderen Menschen, die das Spiel haben. Aber so funktioniert das nicht. Ich gehe hier raus. Ähm. Dann spiele ich mal einfach hier Local. Ich weiß nicht, ob das ist. Spiele ich halt gegen Kambi oder Gegner. Äh. Stelle jetzt hier gar nichts ein. Power-Up-Settings. Da kann man verschiedene Power-Up-Settings, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind, auswählen. Die brennen, die Power-Up-Settings. Power-Down-Skill machen wir nicht. Skulls kann man ein- und aus- Das wird jetzt einfach mal so. Und wir legen los. Okay, da oben bin ich. Klassisches Bomberman. Wir bomben den Mitspieler weg. Und dazu Extras auf. Power-Bombe. Die einen habe ich erwischt. Der hat noch keine große Bombe. Spielt los weg. Uh. Okay. 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 Heard mehr. und weg ist er, gut, juhu gewonnen, ähm, ja, ach, okay, ähm, noch mal, Gehen wir Powerbomben da, oder, ich weiß es nicht, die lassen sich hier schon gegenseitig weg, oh, er hat mich jetzt erwischt, äh, du, noch zu erwarten, Äh, Englisch wird, oh, das ging schnell, Und damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt, wenn es euch gefallen hat, ich habe noch jede Menge mehr Videos in meinem Kanal. Schaut rein, abonniert, unterstützt mich finanziell auf Patreon, würde mich freuen. Tschüss und vielen Dank.